Ok, ich wusste jetzt nicht, wie lange der Aufnahme schon geht, also habe ich einfach mal beendet. So, wir werden jetzt hier mal hoch gehen. Zack, da hinten hatten wir einen Übergang, den werden wir gleich nochmal nutzen. Also das mitnehmen, das mitnehmen. Zack. Okay, zack. Ähm. Ah. Jetzt lass mal die Fackel hier hin. Oh. Kaputt, habe ich nicht noch eine? Nee. Okay. Holen wir uns die Kohle raus und wagen uns noch etwas weiter die Schlucht vor. Und danach würde ich sagen, wir gucken mal, wie wir jetzt... Ähm. Okay. Okay. Dort oben kam was runter vor uns. Hä? Ähm. Ja. Okay. Ähm. Zack. Sollen... Nein. Kein Risiko eingehen. Kein Risiko eingehen. Kein Risiko eingehen. Zaha. Und was holen wir uns noch mal? Eisen. Zweimal Eisen. So. Ja, das hätten wir. So, und zack, wieder oben. Äh, wir, es ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit, gehen jetzt einfach nochmal in eine andere Richtung. Ich habe nur keine Ahnung, wohin. Oh, 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 oh. Ich habe, ey, was haben wir denn hier? Mehr. Wir haben mehr. Jawoll. Halt, so weit weg. Und vorwärts. Oh. Oh, sieht das nicht super aus. Oh. Etwas anderes futtern. So. Ähm, ja. Ich... Ist das ein Schiffswrack oder was ist das, was ich dort sehe? Es ist ein Schiffswrack. Jawoll. Wie geil ist das denn? Und ich habe keine Axt dabei. Aber egal. Ach, der nix. Wir haben ein Crafting Table. Also, zack. Werkbank. Axt. Ach, jetzt brauche ich da keine Axt dafür. Oder... Eine... Steinachs soll reichen. Musik. 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 Der entschlagt mich nicht, ja. Aber ich baue dieses Schiffswrack komplett ab. So. Weil es kann. Und... Einfach nur so. Langeweile. Weil ich habe dann keinen Bock hier zu ersaufen. Nicht? Also, das ist durchaus... Böse. Ich hoffe mal, dass wir das in dieser Folge noch... schüpfen. Das war lecky gerade. Aber egal. Zack. Immer schön das Holz weghacken. Weil, das kann man dann später für andere Sachen gebrauchen. So. Das hat meist mal alles weg. Weil, wie gesagt, ich habe keinen Bock hier zu ersaufen. In dem Schiffswrack. Und was haben wir... Oh, Leute. Lol. Alter. Was geht denn hier ab? Alter Schwede. Das ist ja mal brutal. Brutal. Brutal ist das hier. So. Wie gesagt, bauen wir das Schiffswrack komplett ab hier. Eventuell müssen wir noch mal schlafen. Ich hoffe ja, dass hier einfach mal eine Schatzkarte versteckt ist. Deswegen hier alles systematisch wegmachen. So. Halt. Hier geblieben. So. Oh, ich habe keinen Platz in... Ähm. Ich merke, ich habe gerade gar keinen Platz. Das ist aber nicht gut. Das ist... nicht gut. Obwohl. Zack. So. Zack. Oh, da sind Falltüren. Yes, baby. Yes. Äh. Holzstämme habe ich. Fichtenstamm. Ja, weil jetzt habe ich wieder Platz. Halt. Das war eine Schaufel. Mit der kann man nicht viel ausästern, wenn man Hölz hacken will. Und jetzt sollte man langsam mal das Bett hier hinpacken und schlafen. da hätten sie eh schon wieder Berge ja weil nein, wollte ich nicht so zack und wir machen jetzt noch, wie gesagt mit der Plünderung fertig und dann geht es wieder nach Hause wie gesagt, ich hoffe, dass hier irgendwo noch eine Schatzkarte versteckt ist oder warum ne, da ist nix wie es aussieht, oder das sind so so oh okay ähm so halt Bruchstein so ich ich bin doch so behämmert ich bin behämmert äh ich bin doch behämmert ich mach mir noch ein sinnlose ach na komm so wir gucken jetzt mal ob wir nicht irgendwo noch ne Schatztruhe hier drinnen versteckt haben weil wir haben so viel schönes Tropenholz hier drinne das ja das ist einfach nur geil vielleicht lassen wir die Falltür noch erstmal stehen sehen oh 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 ich hab ich hab's gesehen ich hab's gesehen leute Und wir haben keinen Platz. Verdammte Axt. Aber wisst ihr, was wir machen werden? Die Truhe abbauen? Hm. Das schmeißen wir auch kurz weg. Okay, so, das ganze Holz hier rein. Zack, 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 zack. Das behalten wir noch. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. So, jetzt haben wir mal den ganzen Kreppklaradatsch hier mal wieder ein. Ein Glück, dass der hier alles schwimmt, nicht? So, alles wegbauen hier. So, alles wegbauen hier. Oder war der hier drüben? Ich hab doch hier gerade... Ich hab doch hier gerade eben... Ach, hier vorne war das. Hier vorne. Zack, zack, zack. Und wenn die Folge... Also... Wir gucken mal, was wir jetzt... Bis zum nächsten Tag noch hier rausgeholt haben. Und danach... Und danach... Zack. Werden wir uns mal diese... So, wir bauen das noch ein bisschen ab. Wie gesagt... Bis der Tag vorbei ist. Und dann... Ich hoffe, dass hier noch irgendwo... noch mehr darin ist. Also, ich könnte durchaus... noch ein bisschen was gebrauchen. Vielleicht ist hier irgendwo noch... eine Truhe. Mal sehen. Wir haben jetzt zwei Truhen. Zack. So. Mal gucken. Mal sehen. Ist gleich um zwei in der Nacht. Und... Ich sollte langsam... schlafen gehen. Okay. Das treibt mir zu sehr ab. Das ebenso. So. Erde. Holz, Holz. Holz, 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 Holz. Das kommt mal weg. Papier. Weiß nicht. Brauchen wir das? Naja. Halt die Truhe. Genau. Eisen. Eisen. Lassen wir mal kurz hier. Tropenholzbretter. Lassen wir auch hier. Eichenholz näher mit. Ähm. Weißt du was? Ich werde jetzt einfach mal ganz kurz... noch mal hier runter tauchen. Nur um zu gucken, ob hier... Oh. Irgendwo. Nee. Da scheint nichts zu sein. kurz verschnaufen. Kurz verschnaufen. Oh, das geht sogar. Der Trick funktioniert noch. Das heißt... Das heißt... Ja. So. Also. Ich glaube es wird langsam Nacht. Und... Okay. das... die Schatzkarte... die Schatzkarte... Auch... Schlafen! 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 Und erst mal... Ende.